alles offline damit ihr hier mehr von der action seht es habe mich gerade schon gewundert wo geht es denn hier lang ich möchte euch nicht auf dem rücken zurück nach javas getragen das geht schon die leichen können aber es gefällt mir moment irgendwie geht es so jetzt so jetzt nicht so komm schon schaffst du schon und wir haben gerade ein level abbekommen jippie noch einmal haben wir machen wir schauen mal hier was machen können bis 60 wird benötigt stufe 40 ach komm schon dann machen wir enttäuschung schmiedekunst beloffung zweihand einhand leichte rüstung um das möchten wir noch nicht so machen wir doch immer die regeneration gibt es doch irgendwann mal was man ausgehen sollte ok so das hat jetzt schon viel schönes ist nicht weiter was habe ich mit einem lebensenergie aus ist schon fast wieder voll gut muss ich nichts machen hier sei es eingestürzt dass hier noch solche zombies auch neben sind da wundere ich mich nicht mehr so das hast du gut gelöst mein freund und da wird die tür aufmachen dach ich sehe schon hier kommen wieder spinnen oder bei sie irgendwas auch nicht hören aber du bist ja einfach nur ausgefahren na gut so irgendwas hier spürst du auch hier muss doch irgendwas sein so ein großer raum und nichts dahinter ich werde gesehen von sag mal was treibst du denn eigentlich da unten mein gott ich wollte sie ganz taktisch machen und du neun die beim vorab ganz pünkt dort rein meine fresse zauberung schöner drohen ja und wie immer ich möchte den drohen mitnehmen hallo was sind wir los wir sollten weitergehen warum stehst du denn hier ach ja schauen wir uns ein bisschen um das grab hier ist zu den wollte wohl jemand einbasinen oder ausbuddeln oder ach wer weiß schon da ist ein hebel ok großes feld ist nichts so ist auch nicht so viel ein paar trinke können wir gleich mitnehmen so hebel aktieren ja das ist sehr gut hallo jetzt schaut nur was ihr euch da eingebrockt hat keine angst rührt euch einfach nicht vom fleck ich finde den auslöser hinter euch kommt ich mir jetzt naja hey das ist egal den herr diese rüstung trägt stirbt mich lasst euch in ruhe ich schlag euch keiner von euch wird lange genug leben um jemanden davon zu erzählen aber woher wird es euch jetzt zeigen und zwar hallo kollege was zum fahrgast das ist jetzt das ist cool heid stehen geblieben hey komm schon lass mich hier raus dein freund perfekt aber du erinnerst dich doch noch an mich hoffentlich hallo ich hoffe ich jage euch keine angst ein ganz im gegenteil das ist ja genial was hast du denn gemacht ein segen der einigen von uns erteilt wurde wir können wie wilde bestien sein furchteinflößend oh äh will die mich jetzt auch zum wehrwolf machen nein nur der zirkel hat das bestienblut stellt eure ehre unter beweis um ein gefährte zu werden ah gefährte gleich wehrwolf ok nicht auf den horizont wir sollten weitergehen die traurige machen uns noch probleme achi wo komm du mit deinen bersergerkräften hier ach wir schaffen das schon boah und so viel gut ich glaube ich werde erst mal eine stunde damit beschäftigt sein den dungeon auszureimen und ups war jetzt verkehrt ich bin gleich mal in die angriffsposition gegangen dann schleichen wir noch ein bisschen damit der scale auch hochkommt nachdem wir eh schon so schnell sind ähm hallo das war das das war das oh so hier ist nichts mehr das ist gut ja du hast einfach draufgelegt oh du hast da was Moment kann ich das irgendwie rausziehen nein nicht schade na gut und du musst doch bei eine spinne kommen das kann doch nicht mal anders sein das kann doch nicht mal anders sein du lebst nicht mehr ok du auch nicht mehr hoffentlich ich hoffe es ist inständig mach ich die Tür auf ok so und oh 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 was haben wir denn hier ich war das ich war das komm jetzt habe ich dich doch noch bekommen haha oh und der hat gleich eine Schändung betrieben du und hier so was macht man doch nicht so einmal hier rum ja gut alles tot ups also den habe ich jetzt nicht getötet soweit ich weiß da scheint irgendetwas anderes hier unterwegs zu sein was bist du eigentlich kriege der silberne Hand ok wer oder ups wer oder was ist die silberne Hand eine Soldatruppe wer weiß ah jetzt sind wir hier auf der anderen Seite ok ist hier irgendwas orkschwert nein ah Zaubertränke wie gesagt nehmen wir sofort mit weil ich befürchte fast dass hier noch ein epischer Kampf vor uns liegt was heißt episch wir werden die Gegner einfach wieder wegbangen sie sind wieder so daugry ich habe vielleicht ein paar besser die wie ich vertraue denen hier nicht die sind noch viel zu gut wie Panzer als dass sie einfach hier rumliegen würden könnten je nachdem na komm irgendwann muss ich doch hier mal was triggern ist da jemand wo äh hab ich's nicht gewusst zumindest einer wo eine ist sind noch mehrere du vielleicht hä ne nein schluss nicht so nach haus du auch nicht drohen ja ich mach mal es nachher erschrickt mich doch nicht so manches kinder ja herzen fahrt so und oh hier liegt wie was na hier ist nichts alles ziemlich ja wie bist du du kann man nicht da runter holen haha so haben wir noch was und hier ich muss sagen schleichen gefällt mir hier wobei es so bisher sehr unnatürlich ist dass wir genau vorhin stehen und nichts passiert so hui ist auch von der silben hand ja respekt für den kill also dass er sich besser nicht hinbekommen silben hand silben hand muss man nachlesen was genau die silben hand überhaupt ist denn eventuell töten wir jetzt gerade die falschen eine falle das hätte das gefährlich ausgehen können ist da jemand Aua das gibt's doch kein es hat mich jetzt ein bisschen was gekostet und dich gar nichts fuck warum muss ich auch stehen da und da drüber laufen naah also manchmal denke ich das macht er mit absicht ich mein test hin oder her oh staub ans krypte öffnen ok da kommen wir jetzt umso tiefer hier rein was ist denn hier los höh ich sehe bei der hand kämpft dagegen irgendwas aber gegen wen und warum wurden wir nicht eingesetzt na wo sind sie wo sind sie ah mono oh jetzt haben wir noch ein paar andere genau das ist viel mehr die signale wow fatality nicht schlecht fuck uns so kurz wieder aufladen nein der erwartet dich nein der erwartet dich so genau mach sie mal fertig hier ja weißt du was komm ein maging dran können wir nehmen wenn wir jetzt einen parat hätten natürlich nicht mit den einem epischen kauf zu was zu machen ist natürlich ja nicht gerade schön das ist nicht mein kauf ja warum hast du so hier na gut das nicht reicht dann machen wir eben noch ähm warum ist denn hier so hier na gut das nicht reicht dann machen wir eben noch ähm wir sind ganz schön viel von der silvenden hunter ich hoffe das wird sich nachher wirklich nicht irgendwie zu unserem nachteil ausüben dass wir sagen hey wir sind die guten und gefährden sind eigentlich die bösen und was ihr habt an meine untertan umgebracht ja dann sterbe doch einfach eine abgeschlossene holztür zu einer kleinen kammer ok die werden wir jetzt doch mal knacken eventuell haben wir da ein paar maier getränke das wäre nämlich richtig gut in eine verkehrte richtung aber macht nichts wir sind ja da um zu langen na noch ein bisschen vielleicht na gut komm mal den schrank aus eisgeistszene was sind eisgeister das heißt wohl wir können noch richtig schön in die berge hoch und was tolles zu leben das gefällt mir gar nicht weißt das als offene gräber ja scheint so zu sein kein stein stahlbaden mhm 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 aber keine magikertränke das gefällt mir nicht und was kann nur mit einem schlüssel geöffnet werden ähm ähm ist hier irgendwie ein schlüssel gelbnis rohnen na super hast du ein schlüssel wie ein raum für wachposten aus der schlüssel zu dieser tür muss hier irgendwo sein mhm die tür ja bingo da muss doch schon mein gott ich bin einfach gut so und aufschließend dankeschön und wer blödes garten das vielleicht nehmen wir mal hier mit aber die sind verdammt groß die 4 wow verdammt nochmal so müssen wir die Sachen nicht mehr looten da her wo ging es denn hier weiter rechts geht es entlang jetzt werden wir mal kurz links gucken da geht es eh nicht lang eine kleine bekäbniszone mit etwas gold drin das hat doch Fakas so gut die werden jetzt auch nochmal eben öffnen das war jetzt einfach und na gibt es denn hier nicht mal ein paar magiker trinke denk doch an die armen magiker kommt schon wieder ein alchemie labor kommt zurück du fiech oh da gibt es gerade einen ganz schönen Einbruch das tust du auch ganz gut warum dieser Einbruch ist ja nicht mehr schön und wegen dem Nebel das kann es nicht sein ich sehe gerade ich werde hier noch ein bisschen angeschrieben nebenbei nicht eingeschrien angeschrieben und so hier in your eyes oh ja da kommst du nicht rein oh und ich hab's gesehen da war noch mal eine da war aber sowas von nochmal halt nein nicht doch Kollege immer vorsichtig sein hier immer vorsichtig sein so den haben wir doch schon mal gut vorgeschädigt so und das wurm ich jetzt gerade wirklich dass die ganze wasser effekte und feuer das liegt eventuell gerade hier in den wasser effekten das liegt eventuell gerade hier in den wasser effekten das liegt auch das ist das ist das ist das ist